So, das Stück heißt Peter und Bärbärbohrn. Ey, du bist nicht gemeint, das ist keine Diskriminierung von Hunden. Ein sonniger Tag in einer Bananenmüde. Das Dachentürkern knarren. Peter kommt. Mitten auf dem Rasen sitzt ein Wehrwolf und beobachtet Bauarbeiter, die Stahlteile wegtragen und hinter einer Hecke verspüren. Von fern hört man ein Getöse. Die Großmutter tritt aus dem Haus. Ach, nur ein Gebäude, das einstürzt. Sie geht zum Flussufer, wo das Boot auf sie wartet. Und auf einem Brettchen liegen die von ihr liebevoll zubereiteten Schnittchen. Es ist nur Platz für zwei Indien. Wie kann sie den Wehrwolf, den Väter und die Schnittchen wohlbehalten über den Fluss in den Zoo bringen? Das geht ja auch nur. Das geht ja auch nur. Den Wehrwolf und den Peter kann sie nicht allein so überlassen. Der Wehrwolf würde den Peter fressen. Ein Saungast in einem total durchgeschwitzten Hund, umflussbar. Die Zugfahrt war wieder die Hölle. Überfüllt, keine Klimaanlage, die Fenster geschlossen. Man träumt, nimmt die Großmutter an ihren Bananenschäden. Ein Geräusch. Lässt sie auch fort. Nur ein Vogel, eine Ente und ein Jäger. Sie unterhalten sich über die letzte katastrophale Massenpanik auf einer Großveranstaltung. Fluss mit Lustig, ruft die Großmutter. Wie kann ich den Wehrwolf, den Peter und die Schnittchen wohlbehalten über den Fluss in den Zoo bringen? Der Fremde zuckt mit den Schultern. Welche Antwort erwarten Sie? Ich bin Musikpädagore. Ich bin Musikpädagore. Keine Frage. Kann man nehmen. Doch, durchaus. Da muss er auch mal ein Schreck ins Publikum. Dann bitte für uns schnell. Komm, Peter, leg dich in die Riemen und genieße den Tag im Zoo, ruft sie ihm nach, als sie zurückrudert. Die zweite Tour kann sie sich sparen, denn der Wehrwohnung Frank hat den Pädagogen gefressen. Da macht sie es sich auf dem Sofa gemütlich und öffnet eine Flasche Wein zu dem Schnittschild.